Habe ich jetzt schon den einen gekillt? Ja habe ich schon. Ich aktiviere mal meinen Freund. Hallo, nehmt jetzt die Pflanze bitte. Mache ich jetzt echt mal. Ich aktiviere den mal. So und jetzt nehmen wir das Lager da hinten aus. Beziehungsweise er und ich kassiere ab. Ja. Hilfe, Hilfe. Wo ist denn mein Kollege? Dafür bekommst du volles Pfund aufs Maul. Hey, den Spruch kenn ich. Ja. Oh, oh, oh. Oh, der ist tot. Okay. Das war eine schlechte Idee. Der Arx kann also auch sterben. Okay, wir haben einen davon getötet. Den Rest schaffen wir nicht. Also müssen wir wohl da lang und dahin. Aber wenigstens haben wir einen gekillt. Dann beruhigt uns das doch wenigstens ein bisschen. Wir gehen nicht ganz ungeschlagen davon. Obwohl mich das dann doch ein bisschen wurmt, ne? Aber gut. Können wir jetzt nix tun. Ey, du Kraftlöber, abdauer, du. Komm mal, ran auf den Meter. Zum Trost muss ich wenigstens irgendjemanden erschießen. Hallo. Ist das jetzt der Beruf oder das? Du bist doch nie alleine. Wo ist der Rest von deiner Sippe? Nicht vorhanden? Nicht vorhanden. Boah, mächtiger Pilz. So, gelb ist da hinten. Ich muss eigentlich da hin. Speicher. So, wie sieht's da unten aus? Okay, jetzt schon wieder irgendwas auf mich zu. So, jetzt hab ich's mal mit Hüpfen versucht und das klappt auch gut. So, jetzt hab ich's mal mit Hüpfen. So. Den nächsten besiegt sie. Was ist denn das hier für ein Monument? Das gewisse Nichts ist das. Schade. Sah interessant aus. Gut, aber wir müssen trotzdem weiter in die Richtung dahin. So, die Augen aufhalten bitte. Ja, schon wieder Musik an. Okay, wir haben noch einen Teleporter gefunden. Konverter Edan. Das ist schon mal gut. Okay, da kommt noch ein Hornwolf. Ich muss mal gucken. Da kann man rein. Achso, hier komm ich her. Nee, komm ich nicht her. Äh. Ja. Das war's für heute. ich hab eigentlich wenig chancen gegen die aber die lassen nicht locker ja so ok 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 ich muss den besiegen um an der quest weiter zu kommen und irgendwie klappt es ja auch ne ich muss mal sicher gehen ich muss mal einen weg trinken so der zielt auch nie besser als ich haben die bestimmt zwei Anfänger ans Tor gestellt ah der trifft aber gut der macht das richtig gut ich sehe ihn nicht jawoll 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 ich hab den Werther erschossen weil er ist jetzt offensichtlich noch ein Hornwolf wo ist er hin ich will gar nicht mit dem kämpfen ich will eigentlich meine Ruhe haben wo kriegen wir das hin jetzt schon mal Fleisch ich glaub ich sollte das speichern die Hornwölfe müssen weg ach ach ja komm zeig dich nochmal ich brauch den besten Spot hier zum schießen muss er hin cool festgepackt wenn ich nicht will dass die Alps mich aufspüren sollte ich jeden erledigen der mich gesehen hat bevor er Meldung machen kann hab ich doch so so ok da sind wir in der Mission auf jeden Fall jetzt ein Stückchen weiter ok der Vorposten ist nicht mehr so ganz intakt deswegen ist wahrscheinlich auch der grüne Nebel nicht da irgendwie ne mhm was war das denn für ein Geräusch mhm was war das denn für ein Geräusch hallo ok da steht auf jeden Fall steht auf jeden Fall so ein Ding da unten das werde ich nicht besiegen können aber da konnte man noch reingehen ne vielleicht ist da ja keiner mehr drin vielleicht ist da ja keiner mehr drin was unwahrscheinlich ist aber keine Ahnung ne guck mal rein guck mal rein guck mal rein hallo ist der tot ist er tot oder ist er am Essen wer grunzt denn hier so wer bist du denn für ein Geräusch schlechter Zeitpunkt oben werde ich angegriffen oben werde ich angegriffen hier ist auch gar keiner mhm seltsam ups ähm ok man kann in dem Turm also nach oben fahren so also nochmal nach oben fahren ne also ich spreche grad ein bisschen wenig weil ich mich ein bisschen konzentriere ehrlich gesagt aber müsste mir eben nachsehen oh man wo fahr ich denn jetzt hin au jo jetzt abhauen ich plündere hier einfach mal den Turm ne so war das eigentlich gar nicht geplant hört sich irgendwie mechanisch an ich hab irgendwo schon Angst oh oh da oben ist auch irgendwas na gut jetzt sind wir wo boah ist das unangenehm kann ich da jetzt nicht rein oder was okay 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 und so ja gratulation die kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten zügen der schlacht einzusetzen hat dem feind das genick gebrochen ein strategisch perfekt gelungener feldzug wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen der sieg ist jedenfalls ganz allein dein verdienst sehr zum unwillen der anderen kommander und der elexe toren würde ich vermuten meinst du wie kommst du darauf stärke logik und effektivität sind unser höchstes gut und beitrag zum erhalt unseres volkes ein aufstrebender junger offizier hat am anfang seiner karriere sehr viele hürden zu nehmen nicht selten gegen seine eigenen männer und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden also halte dir stets den rücken frei ja das sowieso hier will mir sowieso jeder ans leder irgendjemand im eispalast meine havarie und meine exekution so 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 so